Weil man mit Putzlappen allein selten eine Waschmaschine voll bekommt, waschen viele sie zusammen mit der normalen Wäsche. Das spart im Verhältnis Wasser und Energie. Doch ist das wirklich hygienisch? Grundsätzlich gilt, es ist vollkommen in Ordnung, seine Putzlappen mit Handtüchern und Unterwäsche zu waschen. Das liegt an der hohen Waschtemperatur von 60 Grad, die alle Bakterien und Keime abtötet. Komplizierter wird es bei normaler Alltagskleidung, die in der Regel bis maximal 40 Grad gewaschen werden darf. Wer hier Putzlappen mit waschen will, sollte unbedingt ein Vollwaschmittel verwenden. Der Grund, es enthält Bleichmittel, die für zusätzliche Reinigungskraft sorgen und die niedrigere Temperatur so ausgleichen. Vorsicht ist allerdings im Eco-Modus geboten. Die angegebene Waschtemperatur wird hier oft nicht ganz erreicht, wodurch die abtötende Wirkung nicht garantiert ist. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.